Hi, es gibt ein neues Update und zwar unser Benno, wo wir immer fliegen, schaut mittlerweile so aus. Also das heißt, diese ganzen Dachstreben sind mittlerweile schon alle weg und jetzt ist die Wand hier vorne offen, du kannst quasi reinfliegen. Hinten ist ein Tor, du kannst hier quasi von oben Split-S reinmachen, kannst hier reinfliegen in die Halle, auf der anderen Seite genauso. Einige, gefährliche wie immer ist, dass hier die ganzen Kabel runterhängen, aber naja gut, bin schon mal hängen geblieben, aber zum Glück weiter geflogen, alles gut. Saugeiler Spot und ich bin ganz schön am flattern gewesen hier, echt geil. Ja, zieht euch mal rein, geiles Video geworden, hoffe ich, hoffe ich. Wenn es gefällt, Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. D Store D nd D D D D D D Ich hab mich nicht mehr so gut mit dir. Ich hab mich nicht mehr so gut mit dir. Y'all bitches recordingin' there. Wut the fuck is goin' on, Varne? Turn that beat up, nigga! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017